CASADA Herzlich Willkommen im CASADA Entspannungsraum. Heute laden wir Sie ein, den Alpha Sonic 2 kennenzulernen. Mit seiner großzügig gestalteten Sitzfläche und der L-Shape-Technik erreichen die Massagerollen sogar die Oberschenkel im Sitzbereich. Der Alpha Sonic 2 benötigt nur einen sehr geringen Wandabstand. Für den extra großen Komfort lässt sich die Fußstütze bei Bedarf verlängern. Durch unseren immer schneller werdenden Lebensstil und den permanenten Leistungsdruck haben wir Menschen verlernt, unserer Seele Pausen zu schenken. Gönnen Sie sich eine wunderbare Ganzkörpermassage und verwöhnen Sie Körper und Geist mit einem Moment der absoluten Entspannung und Geborgenheit. Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung haben wir bei CASADA Massagetechniken verfeinert und Programme entwickelt, welche perfekt auf die menschlichen Bedürfnisse abgestimmt sind. Natürlich kann jede Funktion individuell eingestellt und angepasst werden. Für eine Massage ganz nach Ihren Wünschen. Die Astronautenposition Ein Gefühl von Schwerelosigkeit Akkupressurmassage Wunderbar weiche und intelligent platzierte Polster verwöhnen Sie mit einer sanften Massage. Gua Sha Reflexzonenmassage Jahrhunderte an wertvollem Wissen, verbunden mit der neuesten Technologie. Die Kunst der Massage und der Meditation Das sind Massagesessel der CASADA-Familie. Tauchen Sie ein In die faszinierende Welt der ganzheitlichen Entspannung Braintronics Eine völlig neue Art loszulassen Die Braintronics App macht die Anwendung der ganzheitlichen Erholung kinderleicht Sie wählen eine von fünf Kategorien und genießen geführte Meditationen hinterlegt mit wohltuender Entspannungsmusik und binauralen Beats Reduzieren Sie Ihr Stressempfinden nachhaltig und steigern Sie Ihre Lebensqualität Entscheiden Sie sich für Ihre innere Harmonie CASADA Ein Gefühl wie kein anderes